Hey, Herr Munko, schau, was da drinnen ist! Wie groß brauchst du da drinnen? Ja, dabei! Betty Boa, hast du schon gehört? Betty Boa und Ultima Australico, denkst du und mir am 2.6. Wählerkrecht. Betty, das reicht, du gehörst mir am 2.6. Und Ultima Australico, für dich, du keines Kind, hab ich ja Überraschung! Wie so, das ist eigentlich auch hier! 2.6. Wählerkrecht, W.O.W., Generationskonflikt, da hast du Betty Boa!